Liebe Leute, am 19.07. geht es nach Kempen. Wir waren noch nie da, aber es sind schon fast die Hälfte der Tickets sind schon weg. Also wenn ihr Bock habt, kommt ihr vorbei und wir freuen uns sehr und hoffen, dass es nicht regnet und wir einen schönen Abend haben.